Schönen guten Tag, heute ist der 2. Juli und wir sind in Kassel. Schönen guten Tag, heute ist der 16. Juli und wir sind in Stuttgart. Und wir sind nicht mehr nur zu viert. Guck mal, da ist er wieder. Er ist wieder gesundet und wieder da und einsatzbereit. Ja. Ja, doch, doch, es wird schon gehen. Wie fühlst du dich denn? Irgendwie so verpennt. Hast du nicht gut geschlafen heute? Doch, eigentlich irgendwie ja, aber es ist eine Grundverpenntheit. Ich fand es schön, wir sind heute mal wieder ausnahmsweise mit dem Nightliner angereist, also ein Bus, in dem man auch schlafen kann. Oh, du sagst mir doch, Moment, Moment. Wir machen laut, wir machen laut. Ja, mach laut. Irgendwelche Probleme wahrscheinlich. Hallo? Moin. Ja, jetzt muss ich was sagen. Ach so, ja, Entschuldigung. Warum bist du denn da, Alex? Nee, wir sind beide dran, die Kamera ist auch an. Wir hören, was du sagst. Also sag nichts Falsches. Ihr seht, was ich sage. Ach so, okay. Nee, kurze Frage, hast du einen USB-C auf einen anderen USB-Adapter? Ich habe, glaube ich, einen. Ich glaube, ich auch. Boah, weil den haben wir jetzt hier nicht. Also das, was aus dem 802 herausgeht. Deep Talk, Technik Deep Talk. Ich war stehen geblieben bei Bus, Alex. Ich fand es sehr gemütlich, in dem Bus mal wieder in der Kurie zu sein. Das stimmt, ja. Das war wirklich ein Problem. Wenn man so in den Schlaf gefahren wird. Von Frank, der sehr, sehr gut Bus fährt, muss man sagen. Ein Dank an dieser Stelle nochmal. Wir spielen hier ja heute mit den toten Hosen wieder. In Stuttgart auf den Cannstatter Vasen. Sagt man das so? Auf den Cannstatter Vasen? Hm? Ich, wenn es jetzt um irgendwie Postings dazu geht. Ich schummel mich mal so rum zu sagen, auf dem oder auf den oder auf... Ich sage einfach immer jetzt auch bei dem Posting, ich sage, Vasen umflügen. Ich schummel mich drum rum. Warte, fang nochmal an. Wir flügen heute die Vasen um in Stuttgart mit den Hosen. Das war ja auch nicht überhaupt den Vasen oder die Vasen. Ich würde sagen, den Vasen. Wir flügen heute Vasen um in Stuttgart mit den Hosen. Und pass auf, das Gelände ist irrsinnig groß. Eike, soll mir ein Foto schicken? Ich bin ja, wir sind leider sehr weit weg. Kannst du dich nicht so auf die Bühne schnipsen sozusagen? Dann muss ich dafür da hin. Nee, mach es einfacher, pass auf. Ich rufe nochmal Eike an, der hat ja gerade eine Standleitung zu uns. Und dann soll der mir nämlich ein Foto schicken und das baue ich hier ein. Ja. Eike, erstens, wir haben so einen Adapter. Zweitens, mach mal bitte ein Foto von der Bühne runter aufs Gelände, wie das aussieht. Das muss ich in den Vlog einbauen. Okay, ja mach ich mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut Eike fotografieren kann. Und, äh, Vicky Peter sagt, der Cannstatter Vasen. Achso, also muss man sagen, auf dem Cannstatter Vasen. Ja. Was hab ich denn gesagt? Hab ich das gesagt? Nee, auf der hab ich gesagt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich muss wunderschön nochmal zurück. In Stuttgart auf den Cannstatter Vasen. Jedenfalls fliegen wir die Vasen durch. So, ich muss mal die Zeit sehr unangenehm mit der Zambi ist, das tut mir leid. Jetzt wo Alex wieder da ist, da hinten sitzt er, haben wir gerade uns nochmal drüber unterhalten, dass wir vor zwei Wochen in Kassel, als Alex ja krank war, haben wir das, glaube ich, gepostet, ne? Bei Instagram oder so. Und die Google-Übersetzung hat gesagt, dass Alex ein Gewesener ist. Also, Passed Away stand er, glaube ich, ne? Ja, genau. Wenn man bei Facebook auf Englisch eingestellt hat. Achso. So, dann stand auf einmal, dass ich tot bin. Und dann begab es sich, dass Bomben von den Toten Rosen irgendwo eine Sprachnachricht geschickt hat, weil der natürlich Facebook auf Englisch eingestellt hat. Die Sprachnachricht, die hat es in sich. Und die Sprachnachricht, die ist wirklich großartig. Wir haben uns schon ein paar Mal reingezogen und die müsst ihr euch jetzt auch mal reinziehen. Super gut. Haben wir irgendwie ein gutes Foto von? Warum auch? Ich finde wohl eins. Fuck me, mate. That gave me the shock of me life. The English translation is sadly Alex Do Not has passed away. I.e. died. Fuck me. I went, what? I couldn't believe it. My legs went. Man, these translations are bad. So, anyway. And then you say, get well soon. I'm like, how's you gonna get well soon if he's fucking dead? No, I'm glad that was lost in translation there. Because that sounded so dodgy, that headline. And I went, what the fuck is going on? Anyway, please give him my best regards when you speak to him. And, yeah, I'm glad he's not dead. All right, see you. Bye. Bye. Die Demontage demonstriert Von mir am Karnawanen fährt Ich trete der anderen auf die Füße Und wenn wir was gespüren Alles neu kaputt sein Muss mich alleine kastrieren Ich bin ein bisschen schon viel zu viel Und alle wollen sie was von mir Irgendwas muss hier passieren Denn alles, alles muss kaputt sein Ich muss nur zerstören, denn alles muss kaputt Vielen Dank!